Ich finde das Projekt super, weil es all unsere Vereine unterstützt und deswegen haben wir als Hamburger Fußballverband mit EpiBuy einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Und so einfach geht's. Nutze EpiBuy zukünftig für deine Online-Einkäufe. Lass dich von EpiBuy an deinen ausgewählten Shop weiterleiten. Dein Einkauf wird dann von den Shops mit einer Prämie belohnt. Du entscheidest, an welchem Verein dieses Geld ausgezahlt wird. EpiBuy kostet dich nicht einen Cent extra.